Herzlich Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Ich habe gerade vergessen, auf Aufnahme zu drücken, aber es ist nichts passiert. Diese Brücke oben ist aufgegangen, das habt ihr im letzten Video noch gesehen. Von da aus geht man einfach nur nach oben durch ein weiteres Tor und dann kommt dieser Abschnitt hier. Ähm, ja, nichts verpasst, man landet im Dunkeln und muss jetzt Gegner kaputt machen, aber ich glaube, euch bringt die Sekunde nicht um. Ich habe es echt gerade nicht wirklich wahrgenommen, dass ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Ich weiß jetzt nicht, warum die Gegner sich so gut anstellen. Oh ja, und alle, alle haben, alle sind gesilentet, gesilentet. Was natürlich sehr passend ist, weil die Gegner hier ziehen ja auch gar nichts ab. Klasse. Irgendwer hier auch nicht still. Nicht still. Nein. Ich bin nicht... Okay, den kann ich gerade gar nicht anzeigen. Dann muss ich... Darf ich mit Schokolade heilen und hoffe, das reicht. Jackie. Jackie. Oh, fuck you, Missgeburt. Dann nehme ich hier, habe ich irgendwas dabei, mit dem ich alle Magie-Effekte... Gut. Weil sie... Ohne sie ist nicht so toll. Eigentlich... Nehme ich hier auch die Vergiftung wieder. Voll auf Eier. Also Stille geht mir wirklich voll auf Eier Voll im Spiel, du brauchst ja alle zwei Sekunden Dings Okay, wir sind hier in so einem Circle, wie es aussieht Und dürfen uns halt quasi die Gegner im Dunkeln suchen Oder so Oder teilweise kommen sie auch auf uns zu Ja, meine geliebten Drachen Ich werde jetzt auch meinen anderen Freund nicht heilen Was diese Stille angeht Weil ich brauche es wahrscheinlich für sie Scheiß Drachenficker Ähm Todeshand Sag mal, kriege ich nur noch mit ihm aufstufen? Kommt irgendwie komisch vor Stärke kann ich nicht Was mache ich denn? Ich glaube in solchen Fällen Bei der Auswahl machen wir erstmal das Dann machen wir wieder Agilität Darf ich jetzt wieder? Ach, ich darf immer noch nicht Arschlöcher Kommt jetzt Stärke Oder Stärke oder Agilität Ja, bei ihr ist die Stärke nicht das Wichtigste Ja, schrauben wir die Agilität hoch Ich will aber auch mal langsam wieder mit ihr nochmal Magie machen dürfen Ja, lade ich mal auf Und mach Zauber die ich selber habe Eigentlich dürften die mir gar nichts ausmachen Na los, macht doch mal ein bisschen was Ich könnte attackieren Nichts steht euch im Weg So, jetzt kommt der Ninja Meister nochmal Der in seiner ganzen Ausgeglichenheit Jetzt wieder Kia 17 bekommt Ja, haben wir es oder Nee, natürlich nicht Und das Geile ist ja auch Diese Stille, die hört nicht auf Seitdem der Kampf ist vorbei Ich weiß ja gar nicht, wie lange der Kampf hier dauert Das ist echt ganz nett Ich weiß ja gar nicht, wie lange der Kampf ist So, der nächste im Eimer Wo bin ich, was Magie angeht, voll Oh, wir sind fertig End silent Nee, natürlich nicht Ich möchte mal wissen, wie viele wir hier töten müssen insgesamt Ah, ein Weg erscheint Gut, Freunde, dann lasst uns diesen Weg mal gehen Wo er uns wohl hinführen mag Ach, ein Weg weiter, Mann, Alter Scheiße, hier kann man sogar lang Ja gut, ich werde jetzt natürlich wieder zurückgehen Ich gehe natürlich durch die Haupttür Ist ja ganz klar Keine Diskussion Oder gar keine Überlegung Oh, läd mich doch Verfickter Hurendrache Ich mache einen Piledriver gegen die Das hat überhaupt nichts mit dem Kampf zu tun gerade Ich wollte den Drachen töten Oh, Grundgütiger Ich habe immer Ich denke immer, wir ein bisschen stärker werden Aber irgendwie werden nur die Gegner stärker Oh, da gibt es eine Seitentür Ich werde dieses Spiel durchspielen Heute koste es, was es wolle Oh, rein in die gute Stube Und nochmal aufladen, wer weiß, was kommt Äh, was ist das denn? Ein Geräusch aus dem linken Raum Aus dem linken Raum ist das Ah, hier geht es hin Okay Klasse Ach, natürlich sind wir alle gesilenced Ach, klar Ist doch gar kein Problem Welcher von diesen Hurensohnen war das jetzt schon wieder? Ach, das war wahrscheinlich dieser Kasper-Kopf da Ja, ich kann hier in diesem Kampf gleich erstmal die Items aufladen So, Items aufladen Was ist das denn jetzt? Okay, ich könnte sogar noch Sachen verkaufen Aber egal jetzt Liebenswasser Sternkraut, Alter Ich habe da, glaube ich, nicht viel von Inventar Ich glaube nur wahrscheinlich die, die ich jetzt hier bei habe, wa? Ja, das habe ich mir schon gedacht Immer das, was gut ist Da habe ich nicht genug von bei Bonbon für die Letzten Wenn gar nichts mehr geht Walnüsse reichen für das nächste Jahrhundert Das ist schon mal ganz gut Ach, Schokolade Schokoslade Heilkräuter Scheiß drauf Ja Ja, eine Tür erscheint Klasse Das ist so schön Dieses Wahllose Rate, wo du lang musst Könnte ja auch mal Ein bisschen einfacher sein Als wenn ich jetzt nicht schon genug Tausend Milliarden Sachen gemacht hätte Ich halte mich an meine Stupfsinnigkeit Diese Sache soll attackieren, die ich Gleich So wirklich attackieren müsste Da ist schon wieder jemand zu schwach Kann man eigentlich auch die Defensive hochschrauben? Ich brauche Zucker Es ist übrigens jetzt nicht mehr 2 oder 3 Uhr Nacht Aber Ich mache das schon ein bisschen träge Was hier? Nein, scheint gibt es auf jeden Fall immer noch Gegner Ah, jetzt sind wir hinter dem Zaun Das heißt, wir können jetzt Einen dieser beiden Eingänge nehmen Und ich nehme den hier Weil ich kam ja auch von da Zwei Hebel Okay Okay Ach, leck mich doch Behinderte Missgeburt, ey Scheißvieh Scheißvieh Ich habe auch immer noch nicht rausgefunden Warum Ich habe auch immer noch nicht rausgefunden Warum wir in den Rüstungsslots Sag es nicht Oh, sag jetzt nicht Hier ist nichts mehr Ach, hier Warum wir in den Rüstungsslots Keine Warum denn nur ein Platz frei ist unten drunter Ist mir zu hoch Ist mir auch sowas, was mir zu hoch ist Verstehe ich nicht Jetzt kommen wir hier raus Super Ein Geräusch aus dem linken Raum Ist mir egal Wenn da zehn Geräusche aus dem Raum kommen würden Nein Ja Es bleibt mir über Das Video ist eh vorbei Okay, Leute In diesem Gewirr Bis zum nächsten Mal Und Hasta la vista